Die zu veräußernde Drei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Maintal. Die Wohnung wurde 1968 erbaut und wird über eine Ofenheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Die Wohnfläche der Etagen-Wohnung liegt bei ca. 71 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 157.000 Euro. KP International steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.